8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Die Atmosphäre, es ist locker, alle haben Spaß, die Darsteller sind mit dabei, sind mittendrin, es macht einfach Freude, es macht Spaß. Als es Linear Express war, war das erste Musical, was ich je gesehen habe und auch tatsächlich bis heute noch mein Lieblingsmusical. Und an sich die ganze Autogrammstunde und einfach nochmal Gesichter zu sehen, die ich schon am Bühneneingang getroffen habe. Die Kostüme, alles ist faszinierend, da freue ich mich sehr drauf. Und das ist einfach immer wieder ganz toll. Schönes Erlebnis, dabei zu sein. Ich freue mich auch schon auf die Aftershow-Party mit den Darstellern. In dem hellen Schein, der Damm muss der Zeit sein. Starlight!